So, Reise nach Memphis. Wir schauen mal weiter. Das haben wir mittlerweile erledigt. Jetzt würde ich natürlich noch das hier mitnehmen. Und das hier. Und dann geht es hier weiter. Und das hier reizt mich natürlich ganz besonders. Wenn ich wüsste, was das ist... ...wird mich schon reizen. So, okay, da lang. Hinten wir ein paar Meter. Ich weiß ja, was Interessantes ist. So, gleich Stufe 22. Viel fehlt nicht mehr. Was sehr angenehm ist. Okay, wir müssen ein bisschen schwimmen. Uh, da habe ich ein Kroko gesehen. Hi. So. Dad, wir gott die Fressen. Okay. Okay, der ist hier, ne? Na, kommen wir hier noch irgendwas? Wenn wir jetzt ein Bötchen hier... Ach, da ist noch einer. Die Handtasche wollte unbedingt noch verarbeitet werden. Na, dann gib mal Gas. Wir wissen, was da ist. Ja, wo bist du denn? Ja, da hat leider nichts. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Weg, weg, weg. Oh. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Wir schwimmen erst mal. Scheiß Krokus. Mann, 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 Mann. Ah. Ja, im Wasser fühlt ihr euch mächtig. Aber wehe, wenn ich nämlich... ...fein und Bogen habe, hm? So, okay. Äh, Schatzblendern, zwei Stück. Äh, wo ist er denn? 22 Meter da hinten, oder wat? Dann nehmen wir mal Gas. Mhm. Hm-hm. Na? Oh, wir schwimmen. Mal einen haben wir. Da ist noch einer. Okay, damit hätten wir es. Na, marsch, marsch. So, damit sind wir Stufe 22. Das ist doch mal sehr nice. Da will ich hin. Da ist auch noch was. Ich könnte natürlich das auch noch alles erkunden. Hier ist Materialbeschaffung. Den Punkt haben wir auch noch nicht. Aber den sollten wir hier mitnehmen. Na, das wird ja noch ein Spaß werden. Äh, na los. Dann gib mal Gas. Dann müssen wir die Punkte noch vergeben. Machen wir das mal ganz kurz. Der Exo und das Krokodil sind noch da. Können wir was? Nein, können wir gerade nicht aufbessern. Das ist doof. Einmal vielleicht ein besseres Schild. Phalanxschild? Oh ja. Äh. Woh, da soll man noch ein... Warte mal ganz kurz. Wir können das doch zerlegen, oder nicht? Ja, komm. Mal den ganzen Gulpe. Mal wirklich alles, was wir nicht mehr brauchen, jetzt hier mal zerlegen. Oh, was haben wir hier? Gulbrand-Klinge. Amunsklinge. Mal wirklich alles, was hier Grüpe ist. Das heißt, eine ganze Menge, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, weg damit. Ach, das ist ausgerüstet. Okay, dann werden wir mal die jetzt ausrüsten. Die sieht doch auf jeden Fall besser aus. Mal echt mal den ganzen Schrott hier wegmachen. Das ist ja... Wenn man alles mit sich rumschleppt im Laufe der Zeit, ist der Hammer. So, ansonsten, das war's. Die Stunzwaffen hätten wir noch im Angebot. Der Pater. Den machen wir mal weg. Weg. Weg mit den Gedöns. Kriegsbögen haben wir nicht wirklich was. Haupttierbögen. Okay, aber wir können wieder aufrüsten. Versteckte Klinge könnten wir aufrüsten. Oder aber... Stabilisierungshandschuh. Armschiene wäre vielleicht auch nicht so doof. Machen wir mal die Armschiene. Erhöht immerhin unseren Nahkampfschaden. Äh, den Handschuh. Können wir sogar nochmal aufrüsten. Und den Köcher. Jawoll. Upgrades, Freunde. Upgrades. Jede Menge. Jetzt holen wir uns da den Punkt. So eine Art Kornspeicher, oder was ist das hier? Nomos, Inep, Hedgy. Oder Hedged. Das ist das hier wohl. Ah. Ah, der Hopp. Ah, wie geil das hier aussieht mit den Feldern. Aber lieber bei Tark. Da sieht man eindeutig mehr. Und es sieht noch schöner aus. Wahnsinn. Es sieht so geil aus hier. Mit den Blumenblüten, die ja entgegenkommen, ey. Es ist... Der Burner. Da oben müssen wir hin, okay. Kein Problem. Wir sind ja der ultimative Fassadenkletterer. Und schon sind wir nicht oben, denn wir müssen da rüber. Dann gehen wir hier rüber. Bietet sich an. Alter. Du solltest noch nicht runterspringen. Du solltest noch nicht runterspringen. Das ist ja eine Pflaume. Das sieht aber zumindest echt cool aus. Dahin will ich. Sehr geil. Extremst geil. Schnellreise. Das wollte ich ja. Jetzt geht's weiter. Müssen ja eh da runter. Dann werden wir... ...auf dem Weg dorthin. Was ist denn das hier? Den Punkt mitnehmen? Das ist dahin. Okay. Und ab jetzt. Und hopp. Schropp. Wir wissen, was das da ist. Ja, nur 139 Meter. Das ist ja kein Problem. Aber wir sind ja nun mal neugierig, ne? Per Usir. Das ist ja irgendwas Besonderes. Außer Schnellreise. Ne, das ist ja... Was ist das denn? Polian-Tarmus-Statue. Den machen wir mal weg. Aber sowas von. Es gibt wieder mächtig Ärger. Die ist hinne. Schaden tut's nicht. Äh... Jetzt gehen wir auf den Straden-Weg dahin. Und dorthin. Marsch, marsch. Na, komm. Junge, doch nicht alles kaputt machen. Oh, okay. Ja, ich bin... Ja, ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Na, komm. Triff schon. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen. Aber naja, gut. Wir nehmen's mit. Gebt ja schließlich Punkte. Töte den Hauptmann. Äh, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Da ist er ja schon. Viel mehr ist er wohl nicht. Mit dem wären wir eigentlich locker fertig, oder? Mit dem Leuchtfeuer ist natürlich jetzt doof. Du hättest nicht herkommen sollen. Ah, Hauptmann ist erledigt. Wo ist der Schatz? Ah, hier vielleicht? Ja. Okay, jetzt haben wir die Zivilisten noch hier. Die befreien wir natürlich auch. Wow, 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 wow. Ah, nicht so weg jetzt. Das haben wir auch mal erledigt. Hier wäre eine Schnellreise. Hier wäre... Ach, wir sind jetzt hochgegangen, oder wat? Ach, das wollte ich doch gar nicht machen. Ich wollte doch da hin. 713 Meter. Dahin wollte ich doch. Na gut. Da wollte ich mich doch hin verschlagen. Alle, hopp. Na komm. Lachs sind unschön. Ja, sorry. Sorry. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns... Assassinen. Fastuar. Das war unserejänst. Ach.